Spieltag Nummer 7 in der Fußball-Bundesliga und für den FC Bayern München gibt es ein richtig, richtig fettes Topspiel zu Hause, empfängt man den VfB Stuttgart und in diesem Video präsentiere ich dir die Aufstellung, mit der der FC Bayern München voraussichtlich in diese Partie starten wird. Bevor wir reinspringen, natürlich der Hinweis, Freunde, dass ich wieder live bin, Samstag ab 17.30 Uhr. Es wird wahrscheinlich jetzt hier heute am Freitag doch keinen Stream geben, dafür eventuell, wenn die Technik rechtzeitig ankommt, dafür schon mal nachmittags, noch am Samstag, Bayern Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt, weil das ein absolutes Topspiel ist. Was gesichert ist, ist eben, dass es hier den Bayern-Stream geben wird, Samstag ab 17.30 Uhr. Einige Leute haben jetzt heute schon wieder ein Like da gelassen, lasst ein Like da, aktiviert die Glocke, damit ihr das auf gar keinen Fall verpasst, ab 17.30 Uhr. Ich hoffe, ihr seid alle dabei und dann können wir hier, wie immer, in die Aufstellung reinspringen und wir beginnen mit dem Torwart. Denn da, Freunde, ihr wisst es, da muss ich überhaupt nichts reden, da muss ich euch nicht viel zutexten, da steht natürlich Manuel Neuer im Tor. Wurde unter der Woche beim DFB verabschiedet am vergangenen Montag, hatte dementsprechend jetzt ja keinen Länderspielauftrag mehr, der Mann hatte eine Pause, weil er eben keine Länderspiele mehr bestreiten muss. Manuel Neuer gibt sich viel zu sagen, hat sich jetzt zwar fünf Tore in den letzten drei Spielen gefangen, drei auch beim letzten Bundesligaspiel gegen Frankfurt, aber wie gesagt, es war ein Torwart eben einfach krass, krass unnötig und das war das Tor gegen Aston Villa. Die Frankfurter mit Oma Mamouche, er ist zum Spieler des Monats September gewählt worden, der hat es einfach krank, krank gut gemacht gegen den FC Bayern München. Von daher würde ich sagen, können wir mit Manuel Neuer im Tor ohne größere Widerrede sprechen. An der Stelle, Freunde, würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn du, du, der das Video jetzt gerade guckst, mal unten in die Kommentare reinschreibst, wen du aufstellen würdest, mit welcher Formation du meinst, dass es hier losgehen wird. Eine Reaktion auf die Pressekonferenz, schwierig, wie gesagt, Freunde, ich bin jetzt hier am Arbeiten, dementsprechend ist das zeitlich alles ein bisschen knapper, von daher wird es wahrscheinlich keine Reaktion auf die PK geben, vielleicht dafür dann irgendwie mal am Sonntag eine auf die Pressekonferenz nach dem Spiel, beziehungsweise wenn die Champions die PK sind, die sind dann ja immer später abends, vielleicht da dann was, Freunde. Wie gesagt, das war es für die Zukunft, aber schreib du mir deine Aufstellung mal in die Kommentare. Wir beginnen hinten links mit dem Mann, der sein 50. Länderspiel für die kanadische Nationalmannschaft absolviert hat und das ist Alphonso Davies. Davies, der immer noch ein richtig, richtig junger Spieler ist, hat mittlerweile einfach 50 Länderspiele schon für die Kanadier absolviert, was ich geisteskrank finde, weil das halt echt richtig, richtig viel ist. Davies war jetzt ja auch Thema in meinen letzten beiden Videos und zwar ging es hier einmal darum, dass er sich eventuell wohl schon einig ist mit Real Madrid, dass das Ding komplett durch ist oder dass Manchester United hier noch Interesse anmeldet, Freunde. Also von daher, checkt mal gerne auch nach diesem Video noch das Video von vorgestern ab, das Video von gestern und dann das von Montag war es, glaube ich. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Alphonso Davies macht sich immer, immer besser und das habe ich auch in den Videos gesagt und da habt ihr mich auch bestätigt. Bestätigt, Davies spielt immer, immer besser, der kommt wieder zu einer alten Formel zurück, langsam aber stetig, Kontinuität in seinem Spiel finde ich richtig geil Alphonso Davies wird besser. Wir machen weiter und diesmal gibt es nicht direkt beide Innenverteidiger zusammen, denn ich möchte einzeln was zu denen besprechen. Wir machen weiter mit Min Jae Kim. Der wird hier auf jeden Fall gesetzt sein als unser linker Innenverteidiger, denn die andere Position, und das kann ich euch jetzt schon mal sagen, die ist ein bisschen kniffliger, das könnte ein bisschen schwieriger werden. Bei Min Jae haben wir allerdings, ja, kein Problem. Der Mann hat auch für Südkorea gespielt jetzt in der Länderspielpause. Ich kann mal gut schnell gucken, ob ich da finde, weil er hat, meine ich, glaube ich, sogar das Team als Kapitän auf den Platz geführt. Südkorea-Nationalmannschaft, letzte Spiele, äh, 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 ne, das ist es nicht, sondern hier, letztes Spiel gegen den Irak und da können wir mal reinschauen. Ihr habt Ahnung, er war nicht Kapitän, aber, beziehungsweise hier ist es nicht eingetragen. Ich meine, er war Kapitän Min Jae hier auf jeden Fall 90 Minuten lang in der Abwehr durchgespielt, ähm, bei einem Sieg in der WM-Qualifikation in Asien. Also Min Jae Kim, der ist im Modus, der, der ist noch im Rhythmus drin, der spielt auch immer, immer besser. Die Abwehr generell fand ich richtig, richtig stark und ich meine auch, dass ich beim Spielerbewertungsvideo nach dem Spiel hier, hatte ich Min Jae im Thumbnail drin und ich meine, da bin ich mir nicht ganz sicher, ah ne, ich dachte, ich hätte ihn vielleicht so als, als Man of the Match, ah ne, das war der Michael Olysee, aber da habe ich ihn auf jeden Fall auch sehr, sehr hoch geratet, weil er einfach ein verdammt, verdammt gutes Spiel gemacht hat. Von daher Min Jae sehr verdient, meiner Meinung nach, der hat sich echt gefangen, nachdem dieses erste Spielersong wirklich schwach war, gut gefangen. Daneben ist es jetzt Cliff nicht, denn ich habe mir die PK quasi die Highlights durchgelesen, der FC Bayern München gibt ja auch immer einen Ticker auf der Website zu den Aussagen der PK und Upamecano ist nicht ganz fit. Jamal Musiala, auch ein Personal, über die vielleicht noch kommen werden, ihr habt wahrscheinlich schon im Titel gelesen, dass der auch immer noch fehlen wird. Der zweite Spieler, der eben nicht ganz bei 100% ist, ist der Upamecano. Bei ihm ist es ein bisschen ne, ne Game Time Decision, das heißt ne Spieltagsentscheidung, ob er fit ist oder nicht. Ich stelle ihn trotzdem rein, weil ich glaube, dass der Mann fit sein wird, hat die Woche über beim FC Bayern trainiert, ist nicht zur französischen Nationalmannschaft gefahren, hat da immer wieder Fortschritte gemacht. Ich wette, wenn wir jetzt hier, okay, ist jetzt gerade kein Trainingsartikel da, aber sonst hätte ich jetzt ziemlich sicher gesagt, dass hier irgendwas zu Dayo Upamecano auch steht aus den letzten Tagen. Also Upamecano, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass er hier in der Startelf stehen wird. Mit Alternative wäre dann, glaube ich, nur noch Eric Dyer, weil sonst ist die Innenverteidigung aktuell, wenn wir uns mal die Spieler angucken, die halt fit sind, relativ dünn besetzt. Also wir haben die drei Männer, wir haben Davis als Linksverteidiger, Ito verletzt, Danny ist jetzt schon angeschlagen, eher Linksverteidiger, Rechtsverteidiger, Sechser, Bowie noch angeschlagen, Tarek Buchmann, bisher noch nicht im Kader gewesen, auch noch nicht einsatzbereit. Dementsprechend wäre die einzige andere Auktion Eric Dyer, außer irgendwie Kano Nygoretzka wird wieder in die Innenverteidigung gezogen oder vielleicht auch sogar ein Joao Palinja, das sind Sachen, die man sich potenziell vorstellen könnte. Ich gehe allerdings erstmal mit Dayo Upamecano. Ich glaube, er wird zumindest für 60 Minuten auf die Zähne beißen oder vielleicht für 45, aber er wird dieses Spiel, meine ich, in der Startelf beginnen. Wir machen hinten rechts weiter, da haben wir zwei Optionen, weil, wir haben ja schon gesehen, Option Joshua Kimmich setzt, Vincent kommt ja nicht ein, dementsprechend läuft es auf Leimer oder auf eben hier oben Raphael Guerreiro heraus und auch den würde ich hier wieder einsetzen. Guerreiro beim letzten Spiel mir wieder besser gefallen als davor. Konrad Leimer ist halt eine Wundertüte und das ist eine Sache, die ändert sich auch, glaube ich, nicht mehr. Der kann mal ein richtig gutes Spiel hinten rechts machen, der kann mal ein richtig, richtig gutes Spiel auf der Sechs machen, aber im Regelfall kann er halt auch relativ häufig mal ein schwaches Spiel hinten rechts machen. Und von daher würde ich hier Raphael Guerreiro den Vortritt lassen. Der wird dann ja vermutlich auf hinten rechts eben gegen die linke Seite der Stuttgarter verteilen. Das sind Maxi Mittelstädt und ich erwarte Jamie Leveling daneben. Die beiden Jungs, die jetzt ja auch beim DFB wieder richtig gezaubert haben, vor allem Leveling, das zweite Spiel wirklich in seinem Debüt direkt mal das erste Tor geschlossen nach einer Minute. Da hat es nicht gezählt, dann trotzdem noch das zweite Ding gemacht. Jamie Leveling, der war also richtig, richtig stark. Von daher gehe ich mal davon aus, dass Raphael Guerreiro der Mann ist, der die beiden verteidigt. Somit haben wir die Abwehr abgeschlossen, Davis, Kim, Upa, Guerreiro im Tor. Manuel Neuer, Upa und Guerreiro, beide Spieler, die potenziell Positionen fraglich sind. Bei Upa Meccano ist es der Einsatz, der fraglich ist. Bei Guerreiro ist es fraglich, ob da nicht dann doch er, wenn er es den Vorzug bekommt. Wir machen weiter im Mittelfeld und da haben wir natürlich nicht Goretzka. Ich mache einen kleinen Spaß, haben wir als erstes Joshua Kimmich. Hat die Nationalmannschaft unter der Woche und am vergangenen Wochenende wieder auf dem Feld als Kapitän angeführt. Zweimal 90 Minuten, ergo 180 Minuten für den DFB gespielt. Das ist absolut verrückt. Ich habe euch die Statistik ja letztens schon gezeigt. Joshua Kimmich hat nur in dieser Saison bisher mittlerweile 13 Spiele bestritten, meine ich. 9 für den FC Bayern, genau. Keinmal ein- oder ausgewechselt worden. Jedes Spiel über 90 Minuten. Plus viermal für die deutsche Nationalmannschaft und da auch jedes Spiel über 90 Minuten. Also 13 Einsätze für jeweils 90 Minuten. Das ist richtig krass, was Joshua Kimmich hier abspulen wird. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Kimmich auch hier wieder in der Startelf stehen wird. Er hat sich gefangen. Er ist wieder ein Mittelfeldspieler, defensiver Mittelfeldspieler, Mittelfeldspieler, wie man es nennen mag, auf einem potenziellen Weltklasse-Niveau. Verteilt die Bälle super in die Offensive. Schaltet sich teilweise als halbrechtsaußen mit ein. Kann sich nach hinten rechts fallen lassen, falls da auch eine Lücke ist, falls da mal wer fehlt. Und dementsprechend Joshua Kimmich richtig, richtig stark und der ist hier gesetzt im Mittelfeld. Sein Partner daneben, wir haben die beiden Männer mit P, Palinja oder Pavlovic. Ich glaube, es wird wieder Alexander Pavlovic werden. Auch Pavlo hat bisher unfassbar, unfassbar viel gespielt für den FC Bayern München. Wenn wir uns auch hier nur die Einsätze in dieser Saison angucken, in seiner, ups, das war die letzte Saison, in dieser Saison, dann kommt dabei raus, dass er wahrscheinlich nur ein Spiel weniger bestritten hat als Kimmich. Ja, wurde dafür fünfmal schon ausgewechselt, hat nicht ganz so viele Minuten. Aber achtmal in der Startelf gestanden und dann das eine Spiel gegen Holstein Kiel 90 Minuten auf der Bank gesessen. Da gab es dann die Joe Palinja Show, den ersten Einer zu Palinja. Pavlovic hat sich beim DFB gut gemacht, war ja auch leicht angeschlagen, konnte dann aber das zweite Spiel bestreiten. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob er da vielleicht sogar über die vollen 90 Minuten gespielt hat. Jetzt beim Spiel gegen die Niederlande, das kann ich mal schnell nachgucken. Männer, Nationalmannschaft, Nationalmannschaft und dann Spielplan und dann kommen wir hier zu diesem Spiel. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob er, wie gesagt, über die 90 Minuten da gespielt hat. Aber die Jungs kennen den Rhythmus ja, die wissen, wie der Rhythmus läuft. Ne, hier 77 Minuten lang kam Kevin Schade für ihn eingewechselt. Die beiden haben natürlich einen harten Rhythmus. Ich kann mir auch irgendwo vorstellen, dass jetzt ein bisschen doch durchrotiert wird, denn die nächsten Wochen sind halt einfach auch nochmal super hart. Denn am Mittwoch kommt schon Barcelona, beziehungsweise fahren wir schon zum FC Barcelona. Da gibt es dann das absolute Top-Spiel. Bei Barcelona gegen den FC Bayern München, da reicht natürlich auch live sein, Freunde. Ab 20 Uhr an diesem Mittwoch, das wird richtig, richtig geil. Die Seite werde ich heute oder am Samstag vorher noch erstellen, dass ihr dann nach dem Stream da sowieso drauf weitergeleitet werdet. Und deswegen kann ich mir irgendwo auch vorstellen, dass Pavlovich vielleicht rausgenommen wird und man mal Palinja spielt. Einfach um ein bisschen die Rotation zu bringen, gerade auch weil Joao Palinja, ich meine. Und das ist Angabe ohne Gewähr bei beiden Spielen für die portugiesische Nationalmannschaft nicht zum Einsatz kam. Aber ja, der Terminkalender ist sehr, sehr tough. Das ist jetzt halt eben das letzte von diesen fünf sehr, sehr harten Spielen. Wenn man da ohne Niederlage, beziehungsweise nur mit einer Niederlage rausgeht, ist es natürlich an sich nicht verkehrt. Aber hier müssen jetzt eigentlich nochmal zwei Siege her, um eben diese fünf Spiele, die sehr hart waren, begonnen. Hier mit Bayer Leverkusen, Essen-Villa, Eintracht Frankfurt, Stuttgart und dem FC Barcelona, um da dann nochmal einen Sieg einzufahren. Machen wir weiter in der Offensive, dabei gehen wir mit dem Mann, den ich zum Man of the Match im letzten Spiel auserkoren habe. Das ist unfassbar, wie stark er sich beim FC Bayern eingefunden hat. Michael Olysee, er ist so, so gut. Ich habe erwartet, dass wir uns hier einen verdammt, verdammt guten Spieler verpflichtet haben. Aber dass der Mann so, so stark einschlägt, davon bin ich nicht ausgegangen, das habe ich gar nicht erwartet. Mit Olysee, ein super Abschluss, eine super Übersicht, super stark im Dribbling, sehr, sehr selbstbewusst auf dem Platz. Hat ein starkes Selbstverständnis, mit dem er hier auftritt, als ob er seit zehn Jahren nichts anderes machen würde. Michael Olysee ist einer, vielleicht der beste Spieler der Saison beim FC Bayern München. Und es ist sehr, sehr geil, ihn spielen zu sehen. Dementsprechend ist er hier safe, safe, safe gesetzt, vorne rechts Olysee, super, super Mann. Auf links machen wir es auch ganz schnell und ganz einfach, habe ich Serge Gnabry wieder. Vincent Kompany wurde in der Pressekonferenz auch speziell zu Leroy Sané befragt. Und da hat er gesagt, ja, Sané ist fit, aber ja, es fehlt halt noch ein bisschen, er muss noch ein bisschen was wieder aufbauen. Er war halt einfach sehr, sehr lange angeschlagen, Freunde. Seit Anfang des Jahres hat Leroy Sané mit Beschwerden gespielt. Der hat sechs Monate lang immer wieder auf die Zähne gebissen, auch dann in wichtigen Spielen performt. Hinspiel gegen Real Madrid, hatte dann ja das zwischenzeitliche Führungstor zum 2 zu 1 geschossen. Das war richtig, richtig geil. Dementsprechend ist es natürlich klar, dass Leroy Sané irgendwann wieder zurückkommt und irgendwann wieder auf ein Top-Level kommen wird. Aber jetzt erstmal braucht er noch seine Zeit und Vincent Kompany hat gesagt, er wird seine Minuten danach noch bekommen. Serge Gnabry dementsprechend vorne links hat beim DFB zwei starke Spiele gemacht. Eines Mal in der Startelf gestanden, kommt auch überragend, das hat man beim DFB auch wieder gesehen, über seine Defensivarbeit. Also da macht der Mann wirklich richtig, richtig Meter und arbeitet richtig gut mit nach hinten, ackert mit nach hinten. Was mich sehr, sehr freut, deswegen wird hier Serge Gnabry vermutlich vorne links spielen. Dann stellen wir einen Sturm vorne, schon mal Harry Kane rein, bevor wir dann gleich die letzte Personalie, unseren Zehner besprechen. Denn Jamal Musiala, der fällt noch aus, der ist nicht rechtzeitig fit geworden, der ist nicht schon wieder fit, um diese Partie hier spielen zu können. Also da vorne Harry Kane für die englische Nationalmannschaft, die jetzt bald einen neuen Trainer haben, und zwar Thomas Tuchel. Was ich davon halte, habe ich euch in einem meiner letzten oder im vorletzten Video erzählt, checkt das sehr, sehr gerne ab. Harry Kane, ja, jetzt lange ohne Tor, drei Spiele in Folge hat er keine Hütte gemacht, gegen Leverkusen nicht, gegen Aston Villa nicht. Und die drei Tore gegen Frankfurt haben Oli See, Minjer und Upamecano erzielt. Also von daher ist es jetzt Zeit für Harry Kane, mal wieder zu treffen gegen den VfB Stuttgart. Am liebsten natürlich direkt in den Dreierpack, würde ich mit Kusshand nehmen, wir stellen Kane im Sturm. Und damit haben wir eben noch die Zehnerposition offen, und da stellt sich jetzt die Frage, ich hasse diese Frage eigentlich, aber ist es ein Thomas-Müller-Spiel? Eine ganz entscheidende Frage für diese Partie, und ich glaube, es ist ein Thomas-Müller-Spiel, auch wenn ich diesen Ausdruck hasse, und der Ausdruck kacke ist, es ist ein Spiel, in dem Thomas Müller auf jeden Fall in der Startelf stehen wird. Wir können jetzt mal kurz hier das nochmal ein bisschen feiner, ein bisschen schicker machen. Zack, Pavlo, Kimmich, Oli See, Gnabry, Müller, Kane, so dann sieht es hier auch nochmal ein bisschen schicker aus. So sieht es dann also aus für den FC Bayern München. Ich denke mal, Thomas Müller wird hier auf den Zehn spielen, weil die Optionen, abgesehen davon, halt relativ begrenzt sind. Für die Zehnerposition, ich kann ja hier nochmal den Kader aufmachen, ne. Also wir haben halt in der Offensive Sané, Gnabry, Coman, das sind alles Flügelspieler. Müller und eben Musiala, der hier gelistet ist, das sind unsere beiden Zehner. Haben wir jetzt beim letzten Mal Pavlovic auf der Zehn gesehen, auch das war es nicht beim DFB, als er da gespielt hat, für die 20, 25 Minuten. Matistel auch ein Flügelspieler, Schrägstrich halt Stürmer, deswegen, ich könnte mir sonst noch vorstellen, dass vielleicht Gnabry ins Zentrum rückt, aber auch da, das glaube ich eher nicht, sondern, dass wir eben das hier so sehen, wie es hier aussieht. Und das ist dann die gesamte Startelf, schreib du mir, wie gesagt, sehr, sehr gerne an dieser Stelle deine Startelf in den Kommentaren. Wer sollte für dich von Anfang an spielen, wer sollte nicht von Anfang an spielen, lass es mich wissen. Und wie gesagt, du siehst es hier sicherlich irgendwo im Bildschirm rumfliegen, check diesen Stream ab, lass hier, so wie ich, einen Daumen nach oben da und aktiviere wieder die Benachrichtigung, um am Samstag ab 17.30 Uhr direkt am Start zu sein, Freunde. Würde mich sehr, sehr freuen. Check jetzt ganz gerne noch ein anderes Video ab oder geh schon mal auf den Stream. Und damit war es das von diesem Video, Leute. Hau rein. Ciao, ciao. Ciao.